Gute Websites, wenn euch langweilig ist. Nummer 1, Zelda-Geoguasser. Hier müsst ihr zufällige Orte in Zelda erraten. Je näher ihr am Ziel seid, desto höher die Punktzahl. Nummer 2, Guest the Valorant Rank. Hier seht ihr die Gameplay von Leuten, die Valorant spielen. Und ihr müsst erraten, welchen Rang sie haben.